Gipi! Jetzt beruhig dich doch mal mit... Was ist denn los mit dir? Guck mal, er geht ins Licht! Maru, er geht ins Licht! Hallöchen und Fick. Und willkommen zu einer weiteren Runde TTD Classic zusammen mit Dalu, mit Nephias, mit Kundran, mit Maru, mit Gipi, mit Kundran wollte ich gerade nochmal sagen und idems, es geht. Schönen guten Abend. Hallo. 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 Moin. Servo. Moin. Oh, warte, ich hab Teams wieder nie. Da fliegt was. Nein, nein, nein. Oh. Loin, man kann anvisieren mit rechten Maustassen, seit wann das? Das ist ein TTD. Komm, ich spenn ihn ein. Da ist einer drin. Hey, leck mich! Rein da! Hey! Jawoll! Ja, weg. Nein, der kommt... Ah! Bist du geworfen? Nein! Will dann vor... Hallo, bist du... Aua! Aua, das war... Hey, das war eine Brandgarant! Ihr wolltet mich töten, ihr Arschgeig! Da brennt's aber nicht. Gipi hast du geschossen. Ich hab auf jeden Fall Schalen gekriegt. Vier. Oh. Vorsicht, da kommt der Ding ins. Der Fahrschuh ist schon da. Oh! Hallo, Gunran. Gehst du weg, bitte? Ich mich weg von. Haar doch! Oh! Bruder... Wir müssen nicht hochfahren. Der ist schon hochgefahren. Oben müssen die Turtle Mine, glaub ich, direkt da machen. Hallo! Dann ist die von Items. Dann ist die von Dalu. Hier liegt doch gar nix so nah so weit... Bist du ein lustiges Spielspiel? Jajah, wah See chpei, wenn was ist denn? Was denn? So ich mich hier drauf stellen wenn... Das finde ich cool mit dem Anvisieren. Wer ist da weg gewesen? Wer ist da weg gewesen? Oh, wer kommt hier? Maru? Uh, Sichlor. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Ponies? Aua, das ist ja ganz schön brutal hier. Das ist ja... Finde ich okay. Hey, hey, hey! Was soll das hier? Ich habe nicht einen Schuss abgefeuert. Wer hat mich hier gerade gedingens? Ich habe 20 Schaden gekriegt. Und gewonnen. Sind jetzt alle im Leuchtturm. Gippi, warst du das? Dann war das Dalu, der hat sich verpisst. Ich bin am Strand. Dalu ist am Strand. Mein Tarnrauch ist hier runtergefallen. Leben am Limit, Alter. Wieso? Hebe dir alle Sachen auf. Nein. Alter, das war ein Mordversuch. Der Stein ist mir genau entgegengeflogen. Hä? Ernsthaft? Ja, ehrlich. Nee, der ist wirklich genau... Sorry, ich habe nicht gesehen, wo er ist. Also die hüpfenden Turtles. Oh lol, die sind ja auch noch da. Deine ist hier. Die spawnenden Steine meinst du? Wie ist das Wetter? Kann man die Tauben abschießen? Äh, Möwen. Oh, mach den. Ölischießen. Hey, alle! Das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Du Arschgeige, du Arschgeige. Komm zurück, komm zurück. Mit dem Lift hoch. Nee! Komm zurück! Bin besessen anscheinend, Papa. Alter, sind eine Menge Fässer runtergeflogen. Hä, wer ist das jetzt? Wo ist der denn jetzt hin? Gibt's den Faszinator hier? Ja. Glaube ja. Ich glaube das nicht. Ganz oben, oder was? Nicht zu fassen. Nee, ganz oben ist keiner. Hallo, Maru. Nein, der hat den Klopf gedrückt und ist runtergegangen, die Arschgeige. Du flares eigentlich so krass hier. Da, du komm zurück, du Arschgeige. Warum? Du hast doch gesagt, der ist hochgefahren. Nee, leck mich! Du hast den Klopf gedrückt, lass dich verpisst. Leute, wo ist das hingefallen? 50 HP. Ich werde das gleich da hinschießen. Ich habe das einmal geschafft, das fast so perfekt hochzuwerfen. Und beim Lampen dann... Ich sehe das fast nicht mehr. Und dann nur durch Scope sehe ich das. Hier. Was hat das so vor, ha? Oh, hier wurde dann abgeschossen. Oh, rechts von mir! Maru! Ach, der hält so viel aus. Ah! Ich bin tot im Moment so schwer. Der hat doch mal eine grohe Nacht lagen hier. Ja. Oh, hier liegt eine Leiche. Im Moment, es war ein neuer Mund. Oh, das wäre getötet. Sollte ich nicht. Das ist rechts von dir. Okay, das ist Items. Hier drin ist irgendwo der Trader. Überhaupt irgendwie in der Nähe. Was ist denn hier drin? Äh. Was hier passiert? Es ist nicht zu fassen, wie er gestorben ist. Wer? Was ist denn das hier eigentlich für ein... Was ist denn der Faszinator für eine Waffe? Sind die immer hier, die Blutstreifen? Äh. Ich hab ein paar Lund abgeschossen, ich weiß es nicht. Alter, ist das brutal. Was? Ja. Ist das brutal hier. Wo Kipi gestorben ist. Ne, das war ich. Ja, aber hier ist ja alles voller Blut. Der hat halt, äh... Sword auch abgekriegt. Oh, die Schütte ist die Waffe stark. Also mich hätte Early in dem Moment jetzt geplayt. Ich hätte den wirklich für absolut ahnungslos gehalten. Ich auch. Sorry. Null Kipi. Mich? Ich hab dir mit dem Kiegel in den Rücken geschossen, ja. Ja, ja. Ich dachte, du hast Maro geholfen. Ja. Ich wollte den killen. Egal. Du bist mit Maro durch die Gegend gelaufen. Dann war ich tot. Ja, ich war froh, dass... Nee, ich bin ihm hinterher gelaufen. Aber Early war richtig. Ich hab den Lift gedrückt und bin nach unten gerannt. Hab ich gemerkt, als das Ding oben war und mich gewonnen hab, ob du runtergesprungen bist. Ich war echt am überlegen, ob du mit dem PHD-Flopper oder so runtergesprungen bist. Was, hä, wenn du doch schon runter warst? Dann wollten wir das auch bewusst. Und dann wollten wir bewusst Stopp. Der ist im Keller gewesen. Ach ne. Das ist seine Steine. Echt kurz gebraucht. Nee, ich hab mir 75 Leben abgezogen mit seinem Stein. 25. Ich dachte 75. Oh Gott. Okay, dann klar den Update. Ich hab auch 75, ja. Explosionen. Überall. Explosionen. Fuck. Oh nein, das hab ich gesehen. Maro. Maro ist böse. Der hat eine Mine geplatziert. Was war das gerade? Ich heilen? Oder was war das jetzt? Nee. Ich wollte tot spielen, weil Early mich hat... Ich hab doch gesehen, wie du da weggelaufen bist. Oh, ich wurde geported. Ich bin oben auf dem Leuchtturm. Komm, ich war hinter Dalu. Was ist das? Hidems. Hallo. Hilf mir Early. Ich bin dabei. Geh weg. Maro ist böse. Aufheben lassen. Aufheben lassen. Okay, Dalu ist. Dalu ist confirmed. No. Ja, Dalu ist confirmed. Ja. Hallo Eren. Halt, ob ich hier spawne. Nein. Gehen wir doch Maro. Ah nein, ich bin leer. Ja, Maro ist ja auch schon confirmed. Maro lebt wieder. Oh, oh. Er ist hinter dem roten Haus, Leute. Ach, das ist Early. Oh mein Gott. Nein. Ich hab Early, glaub ich, erschossen, oder? Da wurd ich eiskalt von nächstes Jahr umgebracht, Allah. Eiskalt. Dadurch, dass du getötet wurdest, hat Maro deine Waffe aufgehoben, dann konnte ich ihn tönen. Ich hätt ja keine Waffe gehabt vorher. Ich hätt ne leere Diegel in der Hand. Boah, da hätte Eilers mich fast im Nahkampf gekillt. Richtig knapp. Das ist ne Hammers. Ich weiß nicht, ist ne Hammers hier besser oder schlechter? Sorry. Ja, bitte? Willst du nen Boost haben? Ja, geh mal. Du musst nur auf mich zuhören und auf das Fass springen. Ich trau dir nicht. Das musst du nicht zuhören. Das geht wirklich nicht. Okay, pass auf. Wenn du es schaffst, mich oben auf den Leuchtturm zu bussen, dann baller ich dir, keine Ahnung, 10 Zappen im nächsten Spiel. Okay, dann müssen wir mal ein harter Wurf. Oh, 50 Euro, ja. Landlauf und springen. Du bist zu schwer. Zu schwer. Zu schwer. Du musst nen Duck Jump machen. Duck Jump. Okay, warte. Drei, zwei, eins. Schütz euch. Du bist zu schwer. Du bist zu spät. Du warst zu langsam. Nee, nee, nee. Ich hab dir alles abgeschossen zu werden. Nee, die hat gerade ne Nate nach mir geworfen. Ne Disco. Warst du da? Ich hab eigentlich einen Zauber abzubekommen. Oh, ich hab einen Stein nach dir geworfen. Eidems? Axel? Axel Eidems? Nee, Axel Stein. Gestein? War das nicht der Typ mit dem Aktenschrank? Nee, das war der Typ, der hier den Tommi bei Hausplatz der Krause gespielt hat. Eier, also der Typ mit dem Aktenschrank. Wirklich? Der, der in jeder Bundeswehrverfilmung mitspielt. Komm, Early, wir gehen da rein. Nein. Komm. Willi nicht mit dir alleine sein. Nein. Warum? Geh jetzt wieder. Nein, ich vertrau dir nicht. Lalu Karte spielt da verdächtig mit Backsteinen, glaub ich. Das ist ein Fahrrad. Das ist ein Fahrrad in die Gegend, ja. Ich kann zaubern. Wenn ich das Wasser hier, äh, das Fahrrad hier rein... Boah! Und der Stein fliegt. Geht das mit allen? Oh ja, wirklich. Ja, du kannst auch, also geht du ja gar mit dir. Aha. Also es würde sogar als Person gehen. Ich weiß, dass das nicht funktioniert, du Arschgeige. Doch. Nein, ich garantiere dir... Ja, dann spring nur noch runter. Ja, du willst es doch sehen. Ja, siehste, dann würdest du ja runter springen, wenn du safe hier wieder... Wenn es nicht klappt... Meine leichte Respond hier. Aber ich bin hier nicht lebt. Ja, okay. Ich komm hier nicht wieder lebt an, das weiß ich genau. Das war auch nicht laut. Hier, da, du fahr ne Runde, fahr ne Runde Fahrrad. Hier, hältst du dich fest. Okay, ja, die fahr ne Runde Fahrrad und du nimmst dafür... Ist irgendwas gestorben? Ah, nein! Es ist Items, Items hat das Laserschwert. Du mal, wenn du jetzt gefresst, da bist du wieder... Ja. Bei einem ist es böse, ne? Doch, das ist so beschwert. Ja, aber... Das heißt ja nicht, dass ich böse bin. Hier liegt... Hier liegt... Und hier sind noch... Manhacks? Ja, hier liegt aber sehr... Achso, warum ist denn hier? Ach, weil... Weil er im Wasser gestorben ist. Ja, 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 ja... Ach so. Maner gleich und dann... Ah, nee, da sei denn schon vom oben. Lass einfach nicht oben zum Film gehen, dann... Hm, ja, das ist angestimmt worden. Ah, gut, da... Nein. Katze tot. 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 und dran oder das ist super ich höre die ganze zeit die piranhas weg geflogen aber er kam wieder raus ja mich hat er auch geschützt ja es war ein double kill also ich sehe das absolut ja weil du es gibt mehrere sponpunkte wenn du warte ja hat einer schon im fahrstuhl ja hallo hat was grün ist da noch wieder die mani denn das ist die zweite unten in dem katakomben kann man den leuchtturm runter geht ich traue überhaupt nicht und die einfach eine explosion ja hier oben liegt einer der fahrrad ist weg mit dem fahrrad ist hier versteckt ja da du schießt hier ja sind fast ich bin und dann habe ich ihn auch erst erschossen ja eindeutig weil er gesagt hat er ist trader ja auf fässer er schleicht da am strand rum wir spielen ein aua lustiges diskombulator spiel wo alle inos sterben und ich weiß es gibt es nur einde er ist rausgefallen da hinten am boot ist wer war das wer ist es da oder was der einde ist auf jeden fall runtergefallen ja da du ist es sicher ich habe dann doch gekauft ja da du ist tot er schießt euch gegenseitig ja da du ist tot er schießt euch gegenseitig nein der falscher hat gereicht ne hat's nicht die runde ist nicht vorbei oh guten tag ne gipi oder ne gipi ahja oh gott was das war's dann nochmal das war ein schöner flug ich hatte keine muni mehr wie fühltest du dich dabei scheiße so wie du als wir das lightsaber-duell haben wolltest aber keins gekriegt hat ah ah schade items hast dich nicht retten können ich habe noch versucht das dach zu treffen aber ich glaube das dach ist nicht schräg genug für den surfer ne 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 tachs ja oh oh sie sind ein äh oh flinte äh ja fahr mal hoch ne erst vorbei wenn vorbei ist das ist erst vorbei das ähm die bärten geschossen würd ich appreciate oh gott oh lol da der sound so global ist denk ich immer ich bin drauf ich denk jedes mal das ist irgendwer im tiefen hi bye also wirklich bye iiiiih hallo hier gönn dir ein bisschen sprit ich brauche ein selix oh nein das explodiert ja hi na wie gehts ja ich hab auch keinen schaden gekriegt das muss ich wirklich nicht krass ich auch nicht ich hab keinen schaden gekriegt davon was explodieren wollen das brilcontainer den man aufheben kann ja doch klar das wusste ich ne ne ich bin auch nicht daneben aaa guck mal ich lauf den turmer rund was ist da gerade passiert also maru ist einer naja ach 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 das kifft das ich nicht da ist ne ok nein hier ist ne turmer oh god keine kommen hehehe äh wo ist er denn ach da unten unten am strand hier unten im tunnel komm ich denn da jetzt nicht wer ist da der letzte überlebende wo bist du nicht der denn das hier kein hier ah ok achso der high station am strand ist keiner äh warte warte der nächste tick in 20 sekunden erst god dank oh eins ist mir leid maru ach schon wie unten im keller ist er wie ohne äh da war ich gar ah ist katze nicht vor dir gestorben kunden dran nö also jedenfalls nicht es war maru's turtle mine würd ich mal behaupten ne ich hab ihn getötet weil ich safe der meinung war dass er dich getötet nochmal es war maru's turtle mine die mich getötet ich hab auch eine gelegt kann auch meine gewesen sein ja wenn es ein leuchtel war war meine ok dann war es nein meine war unten in der kanalisation da ist kundern dann verreckt ja bitte ich hab dir einen langen typ hier schon dass dich alle in der lösung vom kundensupport genau hier oh fuck es geht schon los es geht schon ich hab da nur angeschossen aua dafür sind noch ein preparing noch meine ne preparing ist sehr kurz hier ja das hab ich jetzt langsam auch gemerkt wir können lassen wir ganz kurz es geht mein gott nimmt er doch noch einer oh ja er hat es genommen so hallo hallo ich bin fein du bist auch kotze fein hallo guck mal ich hab was neues schönes hallo 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 stein runtergeschoben hä wie mach ich denn den spray auf welcher tasse ist das T T hä ok er hat sich übernommen items böse du hast mich auf jeden Fall hart geprankt und gesagt dass es was schönes hä 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 warum nimmt er das denn nicht ok Epi hat angefangen auf mich zu schießen ich werf ihn euch runter items ist böse ja ich werf ihn runter hallo oh runter da hat er ich weiß ja nicht wo er ich glaub er ließ auf ne 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 ich hab's nur hallo gehört hä warum legt ihr ne Tür ich hab mir ne Tür wo kommt die Tür auf einmal her steck schon immer da fliegt ja immer wo seid ihr ist ein Schnellfone gefallen unter dem da oh schneller ja aber man kann keine Leichen aufhängen das ist ja schade ne nicht jetzt komm ich bring dich in Sicherheit ich 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 fahr auf Gippi ich beerdige dich ich mach dir schönes Gras komm beruhig dir doch mal ein bisschen oh hier guck mal da Ne Maru bringt hier schon was Gippi jetzt beruhig dich doch mal Mensch was ist denn los in dir guck mal er geht ins Licht Maru er geht ins Licht Gippi geh nicht ins Licht was ist passiert ok Maru helfen wir mal hier wir müssen ihn begraben wir müssen ein anständiges begreben machen warte ich hole auch mal hier ich schiebe den Scheiß mal wieder rauf warte ich 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 hole die Helden Fass Man Hacksparner Lack oben schon so so jetzt 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 wunderschön jetzt äh ich schieb dagegen so wunderschön wer ist das das muss ein Traitor sein der beschwert sich nicht ja weil du auf mich schiebst ach hast du den Wesen auch erschossen oder das ist eine Wesen ja ist oh wie viel leben hat die Dinger denn wie viel wie viel hey nicht auf mich schießen hallo ich mach hier noch grad das Grab fertig ja bitte so welchen Grab musst du fertig von Gipi so jetzt jetzt zahnständig begraben worden ich hätte ihn eigentlich auch unter die Schubkare packen bist du in das Grund dran? ich das bin ich hier oben ja was fliegt da? war das Oliczio? die mir folgen ok gut dann bist du du bist doch ha 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 Leute wenn jemand mit einer schrubbeln dass er sich zuläuft obwohl er keinen Grund dafür hat ich dachte dass die Dinger einen Traitor nicht angreifen natürlich greifen die einen Traitor an die machen ihm nur keinen Schaden ja das muss ich ok Leute lasst mal ich hab einen vorbei ist dann noch zu tschau rrrr tschüss tschüss